Wenn gleich aller Ruhe für die Rettung mir zufallen wird, glaubt nicht, dass ihr leer ausgehen werdet. Ihr habt euch hier Bande geschaffen, die ein Leben lang halten werden. Funktioniert also, ja? Okay, sagst du mir Bescheid, drück mal bitte? Okay. Drück. Jo. Okay. Jo. Wo ist denn Wiffel? Wissen die Fälscher Richtung gelaufen? Jo. 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 Du täuscht mich nicht. Was kann ich mir vorstellen? Ist egal, ist egal, ich... Okay, dann muss ich das Gelbe setzen. Aber ich weiß nicht, wie ich da... welches Timing ich da ansetzen habe. Du bist jetzt! Was? Gut! Ja, dasselbe musst du jetzt für mich tun. Was? Indem du jetzt auf die... da... Setzt... Nein! Nein! Oder du setzt da und da einfach ein Portal. Also da setzt du ein Portal und da setzt du ein Portal, soweit ich da rein muss. Warte mal kurz. Warte mal kurz. Warte. Setz du mal ein Portal auf meine Schräge. Stimmt. Hast du? So. Und dann setzt du, da wo ich jetzt das Rote gesetzt habe, da lauf ich ja durch, da setzt du dann ein anderes. Wenn das Timing stimmt. Warte. Au. Nein. Boah! Boah! Ha肉... Und dasố je müsste! Angesichts eures Tempos bei diesem Test glaube ich allmählich, ihr teilt meine hingabe für die Rettung gefangener, weilender, verletzter, sterbender Menschen nicht. Und wenn euch das nicht motiviert, dann weiß ich auch nicht. Ja.